Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Mario... ...der Lost Levels. Zu diesem, zu meinem Lieblingsspiel. Ja, ja, bestimmt alle wisst. Liebe ich dieses Spiel über alles. Und möchte dieses Spiel so schnell wie möglich durch haben. Wenn ich ehrlich bin. Wieso habe ich dieses Spiel überhaupt angefangen? Ich verstehe es nicht. Und hier gab es doch mal einen Pilz. Hallo, geht er durch? Ja, dann halt nicht. Da war ja ein Hammerbruder. Ach du Scheiße. WTF?! Ihr seid doch stört! Geh nach unten, Mann! Pfff! Alter! Natürlich! Und dann sterbe ich an den Grattler. Natürlich! Natürlich! Was ist denn noch sonst? Ja! Super! Ihr seid doch hässliche, blöde... Kinder einer Hure! Lol! Was war das? Gib mir das... Gib mir... Ich brauche den Pilz! Ich brauche den Pilz! Ach! Leck mich! Waren wir deshalb mit dem Stern! Das man dafür auch keinen abkriegt, ne? Die haben das extra so programmiert! Solche Arschlöcher! Ich kleinen Grattler! Ja! Pfff! Okay! Jetzt kommt hier der... Pfff! 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 Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir Schlaf zu nehmen! Oh! Hallo! Dürfte ich auch mal hoch oder so? Oder... Heute nicht mal! Ach! Genau! Jetzt habe ich... Ach! Gott! Ich... Das war ja... Gott, Mann! Pff! 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 So! Ja, das ist... Ich... 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 Ich habe keine Lust mehr! Ich mache keinen... Ich mache da nicht mehr mit, ne? Nee! Alter, nee! Pff! Komm schon! Wir müssen es schaffen! Pff! 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 Wir arbeiten jetzt mit Save States! Ja... Ab diesem Level muss man einfach einsehen, dass dieses... Spiel krank ist! Und es ist mir scheißegal, ob ich jetzt Save States benutze oder nicht! Aber dieser Krattler hier, Alter! Was? Der tötet einen? Du Elendiger! Okay, jetzt nur noch am vorbei! Komm schon! Ich hätte jetzt laufen können! Natürlich! Pff! 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 hat es geschafft. Ich hatte es geschafft. Nein, warum springe ich denn nicht futze? Oh, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ja! Oh. 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 Orgasmus. Alter, endlich. WTF. Alter, dieses Level, ne? Dieses Level, dieses Spiel. Ja. Ach, komm, leck mich doch am Arsch. Junge, spring doch, du hästige Missgeburt. Dankeschön. Ach, du Kacke. Ich habe gedacht, die halten. Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Unglaublich, was diese Entwickler genommen haben in diesem Spiel. Unglaublich. Wirklich. Unglaublich. 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 Das ist doch zur Katzen, Alter. So. Was? Wie bitte? Wie? Nein. Das ist... Nein. Nein. Das ist nicht möglich. Ich... Tut mir leid, aber... Nein. Nein. LOL. Okay, sorry. Ich musste aber kurz safe staten, weil das ist echt... Das war gerade echt legendär. Gib mir noch den... Ach, du Ficker. Ah, nein. Dieses Level. Dieses Level ist gestört. Dieses Level. Vor allem dieses... Was zur Hölle? Und... Was jetzt? Super. So habe ich verkackt, oder was? Ja. Ich habe verkackt, anscheinend. Oder? Ich würde da ganz gerne hoch. Ja. Ach so. Ach so. Ah. Okay, alles klar. Kann man auch so rüber. Perfekt. What the fuck? Oh mein Gott. Ich bin genauso gestört, wie diese verfickten Entwickler. Genauso. Das ist kein Scherz. Warte, jetzt kommt dieser Kack wieder, Alter. Bitte kein... Bitte nicht so wie Welt 3, so ein hässliches... Oh Gott. So ein hässliches Grattler. Fuck. So ein verficktes... Nein. So ein behurtes... Scheiß... Rätsel... Schloss. Oh Gott. Ich muss oben... Ich muss oben durch. Ja. Ja. Gosh. Natürlich. Natürlich. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie gesagt. Ach. Fick dich doch. Was hab ich gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier wurde so viel genommen. Jede einzelne Droge, die es hier gibt. Was ist das für eine Scheiße? Hätte ich die töten sollen? Oh Gott. Nein. Nein. Das geht sogar. Ach fuck, Mann. Hä? Wo ist der andere? Hä? Achso, da. Was tust du hier? Wann kommst du erst jetzt? Lappen. Ach du, das ist... Das ist gestört, ey. Das ist so gestört. Das ist so gestört. Wie willst du das schaffen? Bitte. Und je weiter ich nach vorne gehe, desto mehr... Die Kamera... Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Wie gesagt. Ja, genau. Was seid ihr denn für herzlose Menschen? Ja, genau. Es kommt dir doch noch so ein Rätseldingen. Als ob. Na, natürlich. Natürlich. Oh mein Gott. O-M-G. Chill. Chill doch. Nein. Spring doch, du Fotze. Meine Fresse. Okay, gut. Ich bin doch gesprungen. Was ist dein Problem? So, da hast du deinen Sprung. Und doch. Leck mich doch. Das ist auch so eine Stelle. Da könnte ich schon wieder ins Essen kotzen. Ja, wie gesagt. Ins Essen kotzen. Ja. Das ist doch unmöglich, Mann. Alter. Was soll ich machen? Genau. Ja, deine Mutter. Warte mal. Die ist doch... Die... Nein. Ich hab gar nicht auf die Zeit geachtet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr spendiert mir jetzt alle einen Döner. Schickt es an meine Adresse. Alle. Jeder einzelne Abonnent. Jeder... Alter. What the fuck. Oh mein Jesus. Welt 5. Wir machen Fortschritte. Geht sterben. Ich bin kein Pilz. Ach du. Elendiger. Bastard. Ja, mach einfach weiter, Mann. Mach einfach weiter. Scheiß drauf, Alter. Jo, no. Ist gestört, ey. Gestört. Wollt ihr mich verarschen? Hier, glaube ich, muss man das Timing richtig timen. Was? Das Timing richtig timen, ja. Ja, wehr 2017. Was? Junge, ich war doch auf der Röhre drauf. Dann kommen die Fotzen noch nicht raus. Ja, deine Mutter. Ich trau mich da einfach nicht, Alter. Das geht doch nicht. Warte. Das geht's. Nein. Ja, ja. Ja, deine Mutter ist doch... Er ist lösch. Alter Mann. Das ist doch zum Kotzen. Ey, ganz ehrlich, ne? Das ist die schwulste Stelle im ganzen Spiel. Das war so klar, dass ich in diesem Wichser sterbe. Hey, lol. Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt kommt der nicht raus, ne? Warte mal. Ist das das Ziel hier? Nein, der Wind. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Element im gesamten Spiel. Ach, jetzt ist es weg? Checkpoints, bitte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Kann ich mal vorspulen. Du Krattler. Sorry, aber ich muss mich komplett anstrengen jetzt. Vor allem mit dem Wind. Mann. Ja, ich weiß. Anstatt, dass ich Sets jetzt setze. Ich weiß. Ja. Puh. Und der hört einfach auf. Einfach so. Okay, gut. Da bin ich auch durchgekommen. Alter, am Arsch hat er mich angeschliffen. Mit seinen hässlichen Dreckszenen. Ich hab keine Ahnung. Und, 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 und? Ja. Was? Zum Fick. Lol. Nein, nein, oder? Ja, genau. Geh' noch in die Fotze rein, Mann. Ey, ohne Witz, ne? Hör doch auf. Hör doch auf. Das ist gestört. Ich hör' ich das an. Und der Sprung hier, der ist so schwul. Ah, ja. Ziel? Ziel? Hallo? Hallo? WTF? Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht. Was ist das für eine Schulestelle, bitte? Was ist das? Ach, du büde Mistgeburt. Alter! Was ist das zum Kotzen? Mann! Ja, danke. Alter, was soll man denn da machen? Hä? Gibt's hier irgendwie... Ach. Irgendwie irgendwelche... Aha. Ach, so klar. Da muss man wahrscheinlich so hochkommen, hä? Ja, ja, ja. Ja, gut. Wo ist die nächste Kack? Hier. Hier. Ja. Okay, da komm' ich jetzt noch so hoch, hoffentlich. Und ist das ne Warp Zone? Nee, oder? Nee. Das ist Ziel, ja. Ja. Nein. Nein. Wieder ein Untergrund-Level. Was heißt wieder? Ja, doch wieder. Das letzte war ja in Welt 1. Weg. Alter, die elenige Mistviecher. Ja. Alter, alter, alter. Äh. Ah. Ich bin... Was ist dein Problem, man? Ich bin gesprungen, alter. Ganz ehrlich. Ciao. Alter. Natürlich. Natürlich ein Giftpilz. Was, was da noch sonst ist. Nee, Entwickler... ...haben wir auch nichts anderes... ...oder nichts besseres zu tun. Du Gratler, du elendiger Wichse, du Bastardshund. So in einer Hure. Ja. Ja. So langsam... ...bezweifle ich... ...dass die Menschheit existiert. Um ehrlich zu sein. Ja. Allein schon wegen der Stelle, die suckt. Wie deine Mutter im Bett. Du elendiger. Okay, unten lang ist auch egal. Ja, nice. WTF. Ja, genau. Ja, 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 aha. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Nintendo macht's richtig. Genauso sollte man ein Spiel designen. Das wird jetzt... Da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde brauchen, bis ich das geschafft hab. Ich weiß es jetzt schon. Oh, oder? Oh, doch nicht. Geil. Ach. Und dann so billig. Mann, was ist das denn? Ich hab' Schiss, dass sie wieder rauskommt. Jetzt mach doch mal was richtig in deinem Leben. Ach du Scheiße. Was? Wo ist der grad gestanden? Habt ihr das grad gesehen? Ja, genau. Ja, 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 ja. Ist okay. Also ohne Safe-States. Viel Glück. Hey. Oh. Ja. Und jetzt einfach nur rennen oder was? Nein. Natürlich nicht. Nach der Welt, ne? Nach der Welt! Geh' ich kacken. Alter. Das ist unmenschlich. Unmenschlich. Aber ich hab's geschafft. Hallo, geh runter da. Wie zur Hölle geht das? Wie kann ein Mensch so behindert sein und das schaffen? Das ist nicht möglich. Ja, dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge der Lost Levels und bis zum nächsten Mal. Ciao.